So meine Freunde, B-Monster, Abendstadt für euch, begrüße euch zur Trainerschule Kapitel 1, Folge 6. Heute geht es um die Fähigkeiten und wir wollen uns ganz darauf spezialisieren und ganz darum kümmern, welche Fähigkeit denn nun die richtige ist für eure Pokémon, was in euer Team reinpassen soll. Und wir fangen gleich an. Das Ganze ist relativ kurz angelegt, weil es zu Fähigkeiten allgemein nicht so viel zu sagen gibt, deswegen müssten wir eigentlich relativ schon durch sein. Was sind Fähigkeiten? Fähigkeiten sind besondere Eigenschaften eurer Pokémon. Und jedes Pokémon besitzt zumindest eine Fähigkeit, die sich auf das Kampfgeschehen auswirkt. Das ist zum Beispiel im Fall von Panfano Eisenfaust, welches die Heap-Attacken verstärkt. Oder im Fall von Empolion, zum Beispiel Sturzbach, welches in der Situation dann die Wasserangriffe verstärkt. Die meisten Pokémon besitzen mehrere Fähigkeiten, es gibt aber auch Einzelfälle, wie zum Beispiel die Beltra, welches nur die Fähigkeit Spiele besitzt. Und das ist ziemlich schade, denn zum Beispiel die Beltra könnte auch andere Fähigkeiten gut gebrauchen, zum Beispiel, hätte es gerade nichts ein, aber halt zum Beispiel Fähigkeiten, die die Angriffsstärke erhöhen oder sowas. Oder zum Beispiel Sandschauer von Stahlobo, welches den Speed im Sandsturm verdoppelt. Wäre alles eine Option, aber das ist dann halt in der Hand von Game Freak. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die Fähigkeit im Nachhinein nach dem Züchten zu wechseln, und das ist die Fähigkeitenkapsel, die gibt es für 200 GP im Kampfhaus. Allerdings geht das bloß für normale Fähigkeiten. Ihr könnt also keine Fähigkeitenkapsel einsetzen, wenn ihr die versteckte Fähigkeit eurer Pokémon haben wollt, sondern könnt die Fähigkeitenkapsel nur einsetzen, wenn ihr die normalen Fähigkeiten wechseln wollt. Und ab der 5. Generation, also Schwarz und Weiß, wurden dann versteckte Fähigkeiten zugefügt, die nur unter bestimmten Bedingungen die Pokémon besitzen, wie zum Beispiel im Falle von Aquana Hydration. Und die Pokémon gab es damals in einer Traumwelt zu fangen. Im Pokémon Global Link war also nur über externe Sachen zu kriegen. War auch eine schöne Idee, fand ich. Und ich finde eigentlich auch die Idee mit den versteckten Fähigkeiten gar nicht mal so dumm. Denn einige der versteckten Fähigkeiten sind doch sehr, sehr gut für die jeweiligen Pokémon. So, vererben von Fähigkeiten. Seit der 6. Generation können auch Väter die versteckten Fähigkeiten weitervererben. Das ging vorher leider nicht. Und ja, außerdem können auch Riddos als Zuchtpartner für weibliche Menschen genommen werden, um die Fähigkeiten weiterzuvererben. Das ging vor der 6. Generation auch nicht. Ihr seht also, das Züchten dieser Fähigkeiten hat sich sehr, sehr vereinfacht. Man will es also jetzt, wir können unsere Pokémon auf DV züchten, wir können denen die Wesen anzüchten und wir können denen die Fähigkeiten anzüchten. Und das ist halt dieses Trio, auf was ihr wirklich sehr, sehr achten müsst, bevor ihr Team baut. Denn wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Welche Fähigkeit ist denn für eure Pokémon die beste? Und ich habe da zwei Beispiele rausgesucht, die sehr teambasierend sind. Und zum Anfang fangen wir an. Zum Anfang nehmen wir einfach mal Aquana. Aquana besitzt die Fähigkeit H2-Absorber, das wandelt den Schaden von Wasserattacken in KB um und bringt eine Wasserimmunität ins Team und eignet sich für einen Kurm mit einem Feuer, Boden oder Gesteins-Pokémon. Das heißt, wenn ihr sowieso schon im Team eine Wasserschwäche habt, eignet sich praktisch Aquana, um diese Wasserschwäche abzudecken. Weil sobald ihr den Wassermove erwartet eures Gegners, könnt ihr einfach Aquana einwechseln, sozusagen predikten. Und Aquana bekommt KP wieder. Und ihr habt den Wassermove erfolgreich abgefangen. Ein anderes Beispiel ist die Fähigkeit H2-Ration. Das halt bei Regen Statusprobleme und passt halt perfekt in Regenteams. Bei Regenteams Setupen zum Beispiel mit Quaxo acht Runden Regen. Und Aquana ist ein sehr, sehr defensives Pokémon und kann also den Gegner leicht wegstornen. Und ja, der Gegner kann das Pokémon nicht vergiften, der Gegner kann das nicht verbrennen oder paralysieren, weil diese Statusprobleme halt sofort mit dem Regen wieder negiert werden und geheilt werden. Und ja, das macht das halt im Regenteam ganz gut. Und ihr seht schon, es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für die Pokémon, je nachdem welche Fähigkeit sie haben. Als zweites Beispiel haben wir hier Arcani. Und da habe ich sogar noch ein drittes Beispiel mit dazu gepackt. Dazu kommen wir aber gleich. Hier haben wir Voraufhänger als Fähigkeit. Das ist praktisch das gleiche wie bei Aquana mit H2-Observer-Fueraaufhänger. Verstärkt Feuerattack im Moment von einem Feuerattack betroffen und Arcani nimmt dadurch keinen Schaden. Das passt halt gut in den Kuchen mit einem Pflanz-Pokémon, mit einem Käfer-Pokémon, Eis-Pokémon, Stahl-Pokémon. Bestes Beispiel wäre hier zum Beispiel Cherox. Also wenn ihr einen Cherox draußen habt und erwartet jetzt unbedingt ein Irrlicht oder einen Flammenwurf von eurem Gegner, dann wechselt ihr Arcani ein und ihr bekommt einen Boost auf Feuerattacken von Arcani. Und ihr fangt den Move ab. Praktisch euer Pokémon, also euer Cherox bekommt keinen Schaden und auch Arcani bekommt keinen Schaden. Als nächstes haben wir Bedrohung, senkt den Angriff des Gegners, also den physischen Angriff. Und das ist zum Beispiel gut für ein defensives Arcani-Set. Wir wissen ja, wir können Pokémon offensiv und defensiv spielen. Manche eignen sich für beides. Und zum Beispiel Arcani mit 252 EV in KP und Verteidigung. Ist sehr, sehr gut geworden im Metagame von Gen 6. Und ja, finde ich sehr, sehr nice. Auch gerade mit Bedrohung, weil der Angriff dann nochmal gesenkt wird. Das heißt, er haltet nochmal physischer als Haken eures Gegners aus. Und das ist halt auch der Sinn von so einem defensiven Pokémon. Das dritte, das habe ich noch ein Beispiel mit dazu gepackt, wer das Team eures Gegners kennt. Das heißt, zum Beispiel in Falle von GPL oder DPL. Und ihr wisst ganz genau, auch Gegner hat ein Unnicht-Pokémon mit dem Team und erwartet das Unnicht-Pokémon. Und er erwartet wirklich den Unnicht-Move. Steigerteilt Redlichkeit den Angriff eures Pokémon, wenn ihr eine Unnicht-Attacke einsteckt. Das heißt, ihr nehmt Schaden durch die Unnicht-Attacke mit Redlichkeit bekommt ihr einen Angriffs-Boost. Und könnt praktisch so die Unnicht-Attacke erwarten, abfangen im besten Falle. Also im besten Fall, wenn ihr halt nicht getötet werdet dadurch. Und sehr, sehr stark mit einem Plus-Eins-Arcania zurückschlagen. Das sind so die besten Beispiele, die mir jetzt eingefallen sind. In Falle von Fähigkeiten. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn euch noch ein paar Beispiele einfallen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte auch in die Kommentare. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und ciao.